Hallo. Okay. Ja, ich habe ein bisschen nachgedacht und ich würde sagen 6.000 Likes ist zu viel. Ja, zu viel. Für das Video haben es nicht so viele Leute gesehen. Dann gehe ich ein bisschen runter und auch für Freunde haben mir gesagt, es ist zu viel. Das Video, wie war das Gespräch? Ja, genau. Mir reicht jetzt nur, weiß ich nicht, 600? 600? Ja, mehr als 600 Leute haben es gesehen. Okay, dann 600 Likes und dann erzähle ich euch, wie es war. Aber ich werde, wie ich es noch klar machen, so wie ich es zähle. Ich zähle alle Likes auf Instagram für das Video, auf YouTube und auf Facebook auch. Ja, so ich werde es so zählen. Und wenn ich 60 erreiche, 60 habe ich gesagt. Nein, 600. 600. 60 ist zu wenig. 600, ja. Und etwas dazwischen. 300? Da gibt es doch der Film und 300. Ja, 300 Likes. 300 Likes von YouTube, Instagram, Facebook. Und wenn ich es bekomme, dann erzähle ich mal, wie war das Gespräch? Okay, dann wünsche ich euch Schönen Tag. Ciao.